Ja, hallo Leute, willkommen zum fünften Part von Let's Play Legend of Zelda Majora's Mask. Und hier geht's ab. Oh mein Gott, wo ist denn der? Letzter Tag steht da. Und ich wollte noch schnell was erledigen. Noch ganz schnell was erledigen. Schnell, 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 schnell. Oh. Oh. Ey. Ey, komm schon. Also ich muss mich echt noch an Majora's Mask bewöhnen, ey. Das geht ja gar nicht, ey. Als kleines Kind wollte ich das unbedingt spielen, unbedingt. Aber ich hab's nie bekommen. Oh mein Gott, ich hör schon... Ich hör schon was nicht Gutes. Okay. Warte, wo ist... Nord? Ich will schnell in den Norden. Schnell, 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 schnell in den Norden. Wo ist Norden? Nord. Genau hier. Oh verdammt. Na. Reihackfressen, das geht. Okay. Jetzt abwarten. Abwarten. Genau, abwarten. Abwarten und Tee trinken. Ich dachte schon, ein Spiel steht im Ding, ey. Na. Mario. Ich will hochgucken. What the fuck? Wo ist der Mond? Oh. Ich dachte schon. Alter, wie der abgeht? die Tür zum öffnet sich einmal okay vielleicht ist sie offen okay 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 hallo hallo dance 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 with somebody dance wow wir können ja was versuchen aber ob es klappt keine Ahnung aufladen 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 und feuerfrei auch frei und mein Gott seit wann es in die Kiste ach die Arbeit haben das jetzt Ende gebaut oder wow 50 Rubine alter boah ja wie nah willst du noch kommen die Szene soll jetzt endlich kommen okay schaffe ich es drüber zu springen da ist noch eine Kiste ich will da unbedingt hin man ja ja wow Karneval wow yeah mein Gott was passiert da Katapult und da öffnet sich das Tor auf gehts komm 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 w-w-w-es wackelt oh f-f-fünf Minuten, fünf Minuten komm schon jetzt schnell 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 rein da so geh jetzt nicht sieht doch du kannst jetzt hier einfach gehen so was passiert oh mein Gott Horror Kid Plus Mond doch Karina Schwester ah Teil wir haben euch gesucht hey Horror Kid wie wärs wenn du diese Maske jetzt zurück geben würdest hörst du mir überhaupt zu Sümpfe Berge Ozeane Canyon rasch die vier die dort gefangen sind bring sie her du sprichst du sprichst nur wenn ich es dir sage tödliche Fee nein lass meinen Bruder entfrieden wir wollen jetzt noch deine Freunde sein nun nun was auch immer selbst wenn sie jetzt noch kommen würden könnten sie mit mir nicht mehr fertig werden hihihi sieh nach oben versuchst du noch zu ändern oh mein Gott Puppe Puppe was jetzt was wird Link tun seid gespannt Attacke wir gehen das Rahver die 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 geh den den du bereit platziert ist auf A Artefakt magischer Töne können einen Glocken B und ein Blödel und dabei plötzlich geht die Erinnerung an Prinzessin in deinem Bewusstsein zurück Du hast also tatsächlich vor irgendwo zu verlassen Feißbildschirm Auch wenn wir uns erst Zeit kurz umkennen Komme es mir sofort zu Unsere Freundschaft schon eine Ewigkeit Unsere gemeinsamen Tage Mein Herz sagt mir, dass er da kommen wird an dem wir uns wiedersehen werden Deswegen, Tack nimmt dies an dich Ich bete, ich bete, dass Enderweise eine Siffere sein wird Falls ihr etwas zustößt, dann erfülle ich an dieses Lied Was ist denn nun? Was ist denn nun? WTF? WTF? Ah, okay, ah, okay Ich habe ein Steuerkreuz hier Dienst obwohl ich die gelben Knochen muss Kann ja jedem Mal passieren, sorry Du erinnerst dich an die Du erinnerst dich an die Hymne der Zeit Geht doch Geht doch Wacherhaft du sollst in der Höhe Wir brauchen dich hier und jetzt Die Seite kann uns jetzt auch nicht weiterhelfen So, Herr, Herr, bitte helft uns Wir brauchen mehr Zeit Yo, Leute, was müssen wir wohl tun? Ja Jetzt kommt aber nicht die Ocarina Oh, geht doch Oh Oh mein Gott Die ist grün Habt ihr das gesehen? Ja Speichern Jetzt Jetzt werden alle unsere Items Alles, alle Rubine Alles, was wir gehabt haben Alles weg Alles weg Das ist die Scheiße an dem Spiel Das, als ich das zum ersten Mal gespielt habe Angespielt habe Boah, ich habe mich so aufgeregt Und das im Dungeon, ey Das geht gar nicht klar WTF? WTF? Oh mein Gott Ja, und schon wieder Es verbleibt 72 Stunden Was ist passiert? Alles Hat von neuem begonnen Was? Was hast du getan? Dieses Lied Dieses Instrument Dieses Instrument Warte Das ist es Dein Instrument Moment Der Maskenhähler hat doch gesagt Dass er dich zurück verwandeln könnte Wenn du ihm das wertvolle Gegenstand Dir gestohlen wurde Ja, hast du vergessen? Ja, komm Ah, komisch Die Ocarina ist bei uns Komm Heil mich Heil mich Oh mein Gott Dann hör zu Bitte spiel dieses Lied nach Das ich vortragen werde Präge es dir gut ein Das Lied ist so geil Lied Lied der Befreiung Oh mein Gott Wir sind endlich wieder Link Ja Erleichterung für Link Erleichterung für Link Wenn du weiterhelfen Sehr gut Zum Andenken an diesen Tag Gebe ich dir diese Maske Fürchte dich nicht Denn zur Denn Der Zauber ist Wenn du trägst Erlangst du diese neue Form Ja Blablabla 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 oder wie du dinge von der ocarina of time dieser typ bei epona der verloren hat das diese maske die mir schon oder oh nein wir haben keine zeit mehr die ich schon aber kommt schon waha mannt ich kann das aufgeregt Oh Leute Okay Leute Ich sage mal Ciao bis Nächsten Part Ciao 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 Ciao